so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute dreht sich alles um die argento kanji eine neuheit für dieses jahr oder letztes jahr silvester 2022 23 eine wunderschöne batterie mit 500 gramm aus dem hause funke vertrieben von argento wenn man das so sagen kann am anfang war ich mir gar nicht so sicher ob ich die überhaupt holen soll weil die ist so unfassbar langsam romantisch und breit gefächert ein mega geiler cracklingfeuertopf so richtig schön dezent mit so brokatkron oben und so mega geilen silbercracker spitzen anders würde ich das jetzt nicht beschreiben können wir schauen uns mal an wie die live kommt ich bin übel gespannt let's go kanzi ist sehr breit gefächert deswegen genießt es und vor allem auch sehr langsam und teuer kanji mal schauen was die kann die füllt den himmel auf geil schön glals klaus glals